Ein Kunstwerk von Richard Paul Lohse aus unserer Sammlung. Lohse war einer dieser Künstler der Züricher Konkreten, die sowohl Grafikdesign als auch bildende Kunst gemacht haben. Und er ist ein wichtiger Kopf für diese ganze Züricher Szene. Und er hat eben hier ein Kunstwerk, oder präsentieren wir hier ein Kunstwerk und stellen dem Grafikdesign von Lohse gegenüber, das er für die Schweizer Wohnbedarf AG gestaltet hat.